Hallihallo meine Lieben, da bin ich wieder. Ich bin Gerlinderfahrer und ich habe einen kleinen gemütlichen Shop hier daheim in den Händlern eingerichtet. Und in den Videos zeige ich euch immer wieder meine neue, wunderschöne Einzelstocki. Jawohl Einzelstocki, etwas gesehen ihr gerade schon da, die zeige ich euch aber nachher noch neuer. Da hinten natürlich auch noch. Ja, mein Stativ, ja jetzt habe ich es bestellt. Ich habe gekauft keine Kums. Ja, ich könnte das, was gerade gepostet ist, aber dem ist nicht so. Ja, schauen wir mal, ob es dem nicht gesprochen hat oder auch ist. Und sonst machen wir es halt nochmal so. Ihr könnt mir sehr gerne auch einfach mal mitteilen, wie euch die Version gefällt von den Videos. Mit meinen drei Püppis, weil dahinter haben wir ja noch einmal eine. Jawohl. Ja, die zeige ich euch nachher auch noch ganz ganz genau. Wie gesagt, Stativ hat sich vorige Woche verabschiedet. Oder nein, letzte Woche ist das gewesen. Und jetzt machen wir es halt so auch nicht schlecht, oder? Ja, ist schon mal ein bisschen etwas anderes. Ich hoffe, meine Stimme hebt diesmal. Ja, wir sehen es. Also, ich wünsche euch ganz viel Spass. Ich bleibe im Hintergrund. Für alle, die es noch nicht wissen, meine Website www.gerlindes-mode.li Darauf könnt ihr immer wieder die aktuellen Videos anschauen, nachträglich anschauen. Ihr könnt mich auch auf YouTube abonnieren, dass ihr auch kein einziges Video mehr verpassen, wo dann irgendwann am Sonntagmorgen veröffentlicht wird. Wenn alles klappt, dann ist es normalerweise Sonntagmorgen auf die 1 zu planen. Aber eben, die liebe Technik macht nicht immer mit. Es gibt verschiedene Gründe. Also, ja. Man macht so seine Erfahrungen. Mein Laden, welches zu nennen ist, den habe ich immer am Sonntagabend, von halb 6 bis 7 Uhr und am Freitagmorgen von 8 Uhr bis halb 12 Uhr offen. Ja, und sonst eine Vorermeldung? Ja, einfach anrufen auf 078 759 58 46. Also, ich freue mich auf euch. Und wir hören und sehen uns. Ja, und wie besprochen, geht es jetzt auf dieser Seite der Kamera weiter. Sie hat Kleidergröße 44 46, dreht jetzt aber eine Kombination, die man bis zum 48 gut tragen kann. Kommen wir zuerst zu dem schönen, schönen Halskittel. Die tolle Lebensbäume. Also, mir gefallen es brutal. Das tolle Teil kostet 25 Franken. Dann haben wir da das hübsche Shirt mit dem Traumfänger. Das kann man, wie gesagt, bis zum 48 tragen. Und da sieht man so ganz ein fies, guldiges Glitzern drin. Ganz eine lässige Angelegenheit. Dann dreht sich hier eine Schlupfhose mit, da vorne haben wir ja einen normalen Hosen-Sack, Kordchen und einen Gummizug hat sie. Und da auf dem Oberschenkel der prächtige Totenkopf. Ja, je nachdem wie lange das Shirt ist oder das T-Shirt, das man dreht, kann man ihn zeigen oder auch nicht. Ganz wie es einem dann beliebt ist. Und die Hosen sind richtig schön elastisch. Mit der anderen Hand kann ich es leider nicht so gut zeigen. Passend dazu haben wir die Westerstiefel hier, die habe ich im 37. Und dann gehen wir gleich rüber zur nächsten Puppe. Bieren fangen wir jetzt gleich da unten mit den Schuhen an. Und dann kommt die grosse Überraschung, was oben drauf kommt. Auch diese Stiefel, die sind im 37 und kosten 55 Franken. Ja, der Saug sieht schon echt cool aus. Der Hunde auf dem Bein. Ja, es ist ganz eine tolle Hose. Vor allem hat sie einen ganzen Haufen Sternchen drauf. Ja, ich finde sie ganz, ganz cool, die Hose. Dann gehen wir weiter hoch. Und da haben wir den prächtigen Strick. Der ist eher grob gestrickt. Aber ja, ich finde ihn wirklich ganz lässig. Wunderschönes Violett. Ganz eine coole Sache. Die Kombination kann mit der Kleidergrösse 36 bis etwa 42 tragen. Und kostet jeweils 39 Franken. Der Rollkragen, der ist richtig schön weit. Also vor allem für die, die sagen, ich mag das nicht, wenn es so eng ist. Aber ja, da ist schon mal einen richtig schön weit. Und gleich mache ich jetzt knack schön zu. Dann das coole Halskettchen. Wenn wir das noch ein bisschen wegnehmen. Dann kommt nämlich den Effekt viel besser. Jawohl, das ist 25 Franken. Und dann könnte man natürlich die Handtasche dazu tragen. Oder ja. Gut, das ist ja fast eine Einkaufstasche. Aber je nachdem. Ja, gewisse Frauen haben das gerne. Andere haben den Korb dabei. Ja. Das wäre natürlich auch ganz eine tolle Sache. Die Taschen sind jeweils 38. Und jetzt gehen wir zu Jera. Sie hat ja auch Kleidergröße 36, 38. Und dreht hier eine Kombination, wo man sicher bis zum 40 oder sogar 42 tragen kann. Das ist ein Hoodie. Ganz hübsch. Sehr bequem. Das habe ich auch schon zeigen dürfen. Die Hose ist eher ein wenig weiter geschnitten. Ist aber auch eine Schlupfhose. Und auch Kleidergröße 36 bis etwa 42. Und da habe ich gedacht. Könnten wir natürlich die Handtasche noch ganz gut den Zuhörer zeigen. Ja, Kappe, Händscher, Schal, Lupe. Ja, heute noch. Ja, heute noch vor allem etwas. Ja Gott, wir sind ja noch mitten im Winter drin. Also, gehen wir noch weiter. Sie hat nämlich auch noch ganz lässige Schuhe. Die habe ich 38. Und die sind 55 Franken. Und von der Seite sehen Sie diese so aus. Ja, ist auch ganz ein interessantes Teil. Ich finde das so cool mit den breiten Schuhbänden. Und weiter geht es. Jawohl. Zum Teil fröhlichshaft, zum Teil noch Winter. Aber eben, wie wir ja wissen, es ist bald Februar. Und diese Woche ist ja auch schon Zeit. Da war es ein wenig angenehmer gewesen wie auch schon. Und darum zeige ich euch auch schon ein paar leichtere Sachen. Vor allem halt auch Schuhe, Schürtchen, ja. Da haben wir jetzt noch einen gestrickten Pulli. Und ein Hoodie. Der ist etwas ähnliches wie das, was ich vorher in schwarz angekommen habe. Jetzt habe ich auch ein Hoodie gewesen mit der Kängurutasche. Der ist aber ein wenig grösser geschnitten. Und der geht etwa bis zum 46. Und da haben wir auch eine schwarze Leggings dazu getan. Es ist so ein bisschen ein festerer Stoff. Aber ja, keine gefütterte, aber auch noch keine Sommerhosen. Also ja, perfekt für den Übergang. Und dann sind wir da schon. Baden. Turnschuhe. Jawohl. Die haben ihm 38. Und kosten 39 Franken. Wie auch die ganze Kombination. Also der Pulli und Leggings sind jeweils 39 Franken. Und jetzt geht es weiter mit der coolen Kombi. Das ist so ein prächtiges Shirt. Das glänzt so toll mit dem Gold. Ja, wie sieht man den Goldschimmer? Die Ärmel sind normal schwarz. Aber das Shirtchen, die Vorderseite, die ist ganz genial geschaffen. Das wunderschöne Teil kann mit der Kleidergrösse 36 bis etwa 42 tragen. Wie auch die cool Hose. Die hat einen Knopf und Rissverschluss. Die hat da ganz normale Taschen. Und auch hinten haben wir Hosen-Säcke. Mit Rissverschlüsseln. Jawohl. Ganz eine coole Sache. Und auch sie hat Snickers dabei. Und auch die sind im 38. Das ist jetzt gerade ein Zufall. Auch die haben ganz so einen Goldschimmer drin. Sind schon fast fällig. Ja, ist ganz ein cooles Teil der Turnschuhe. Mit dem fallen wir sicher auf. Also ich finde es ein ganz cooles Teil. Wie ihr seht, da ist die Hose, das Shirt und Turnschuhe jeweils 39 Franken. Gibt man natürlich auch diese Handtaschen dazu? Nein. Die ist 39 Franken. Wie eigentlich alle Handtaschen, die ich habe. So, gehen wir zur nächsten kleinen Puppe. Sie hat eine ganz hübsche Bluse an. Es ist eine kurze zum Knöpfen. Und die Ärmel, die kann man auch noch runterlassen. Da kann man die Manschette noch offen machen. Kann ich jetzt einfach mit einer Hand? Ja. Nein, ich kann es nicht mit einer Hand. Tut mir leid. Ja. Das hübsche Bläuschen ist in der Kleidergrösse 36 bis etwa 42 zu tragen. Und kostet auch jeweils 39 Franken. Und auch diese Hose, die ist so hübsch. Die gefällt mir so. Ich kann es gerne glauben. Auch das ist eine Schlupfhose. Mit einem Gummizug und einer Karte. Und da haben wir. Ich habe jetzt einmal ein Stiefel dazu getan. Die habe ich im 40. Und die sind 55 Franken. Ja, wir sind im Übergang. Ja, ist unterschiedlich. Mal mehr, mal weniger. Momentan kann ich euch leider keine Jacke nicht zeigen. Weil ich sie nicht wirklich abziehen kann während dem Filmen. Ja, ist ekel. Im Moment bin ich halt ein bisschen eingeschränkt. Weil mir das liebe Stativ fällt. Aber ja, wir machen das Beste draus. So. Das ist eine von unseren Figuren. Schmeichler Blusen. Mit den coolen Fledermausärmeln. Und da vorne hat sie Gummizug. Und sie hat auch den Hunnen. Da einen Gummizug. Ich habe ihn jetzt rumgelitzt, weil es mir persönlich besser gefällt zu dieser Hose. Aber das muss jede Dame selber entscheiden. Wie sie sich daran am Wölzsten fühlt. Der Rissverschluss funktioniert. Braucht zwar beide Hände. Aber ja. Darum lau ich es jetzt auch sein. Sonst kommt das nicht gut raus. Die wunderschöne Bluse. Wie auch die prächtige Hose. Das ist noch eine Wildfleder-Imitatshose. Hat auch eine Schlupfhose. Mit Gummizug und Kordeln. Das ist eine ganz tolle Hose. Also für alle, die es noch nicht kennen. Kommt vorbei. Lange das Teil einmal an. Ich habe jene von diesen Hosen noch gehabt. Ein paar habe ich noch. Aber nur noch viel. Weil sie sind wirklich sehr begehrt. Die Hose geht etwa bis zum 50. Und das Oberteil auch etwa bis zum 50. Ja, man kann es wirklich auch einmal für die größeren Damen einfach einmal etwas anderes. Und dazu habe ich den. Ich finde den so lässig. Die Stiefelitli. Die habe ich 41. Und die sind 55 Franken. Und wenn wir da rein schauen. Sie sind ein bisschen gefüttert. Das ist ganz ein cooles Schuhchen. Wenn wir so zu schön da sehen. Und wir sehen uns dieser coole Kappe. Ich finde die wirklich. Wirklich lässig. Sie hat da unten den Schnellverschluss. Mal schauen, ob ich das jetzt mit einer Hand kann. Jawohl. Und dann kann man sie auch dann da oben mit dem Knöpflchen da oben machen. Also dann sieht die Kappe dann so aus. Ja, ist ganz eine glatte Kappe. Jawohl. Und das da hinten. Das ist eine schwarze Feldtasche mit einem Back in Back. Das ist auch ganz eine coole Angelegenheit. So. Machen wir weiter. Gehen wir zur nächsten Puppe. Sie ist ja eigentlich schlicht und einfach angezogen. Und gleich eher die raffinierten Sachen. Das coole Shirt mit dem Wasserfallkragen. Wenn wir noch schön hören. Ja, ist mehr so ein weiter Rollkragen Wasserfall. Man malen erfällt eigentlich recht schön. Ist ein ganz cooles Shirtle. In der Kleidergrösse 36 bis etwa 42 zum Tragen. Wie auch diese prächtige glatte Lederimitats Hose. Und der ist, ja, ist eigentlich, nein, ist eine Leggins. Wenn ihr euch recht anschaut. Aber sie ist ein wenig gerade geschnitten und nicht hauteng. Ja, ganz eine coole Sache. Wie auch. Irgendwie schlicht und einfach und gleich. Eben. Seht ihr ja die Raffinesse an. Und dazu her habe ich gedacht, die prächtige grosse Tasche. Das ist auch schon fast ein Einkaufstaschen. Ganz ein cooles Teil. Kostet auch 39 Franken. Nein 38 Franken. Entschuldigung, jetzt habe ich ihn durcheinander. Die Kleider sind alle 39. Die Taschen sind 38. Ja, noch. Und hierher die prächtige, coole Stiefel. Ich finde die so lässig. Die habe ich aber nur im 38 gekriegt. Und kostet 55 Franken. Also die würde man einmal schnüren. Und dann haben wir da den Reissverschluss auf der Innenseite. Ganz, ganz toll. Ja. Und noch einmal so eine kleine Puppe. Sie hat ja eine Kleidergrösse für eine 36, 38. Und hat da jetzt auch eine kleine Kombination an. Das ist das schwarze Blüsli. Das ist ein Nuschelstoff, also ein Muselin. Hat da ein Gummi-Zügli drin. Das ist schön. Ja, ich finde das gefällt richtig herzig. Dazu her, da hätte ich die Leggings an. Die sind auch etwa so 6, 38 zum Träger. Und, was sagen Sie da dazu? Ich finde das so lässig. Die habe ich im 40. Sie sind aber klein geschnitten. Und kostet 55 Franken. Danke. Ganz ein tolles Teil. Und passend dazu her, die Feldtasche. Ja, es ist so. Glattleder mit der Kleefeldra. Oder natürlich auch die Bodybag. Ist natürlich hohe Alternative. Ja, und schon wieder umgezogen. Ja, die Puppen sind halt schneller umgezogen, wie wir Menschen. Ja, das ist halt. Da finde ich so ein tolles Shirt. Das ist so feinflauschig. So schön weich. Jetzt muss ich gleich mal schauen, wo wir das Zettel haben. Dass ich auch mal zwischen sehen kann, was wir hier haben. Ja, 40% Viskose. 30% Angora. 30% Wulla. Tja, cool. Ja, jetzt wissen Sie, wieso der Zimmer sagt, ach, das ist so weich. Ja, so ist das. Das ist jetzt eine Kombination in der Kleidergrösse 42 bis etwa 46. Ja, geht schon langsam ein bisschen im Frühling entgegen. Es ist zwar ein sehr flauschiges Shirt, aber ja, es ist nicht mehr so dick wie die gestrickten Pullover. Die Hose ist also eine richtige Übergangshose mit diesen tollen Blöhmchen drauf. Geht auch etwa bis zum 46 und kostet jeweils 39 Franken. Wie auch diese coolen Schürchen. Diese eleganten. Ich finde das so schnussig. Sie sind nicht ganz weiss. Und wenn wir da so reinschauen, der Absatz ist hinten auch so goldglänzig. Ein wunderschönes Schürchen. Im 40 auch für 39 Franken. Ja, und zu dieser Kombi kann man natürlich sehr viel trägen. Sechs jetzt Brun, Rosa. Da gehen viele schöne Töne. Und das Halskettchen, das wir hier sehen, das gehört dann zum Shirt dazu. So, gehen wir eins weiter. Sie dreht jetzt eine Kombination in der Größe 40 bis etwa 44. Ja, jetzt haben wir da Tatsache noch eine Jacke. Jetzt muss ich nur schauen, wenn ich die jetzt am Allerschleuchter da wegbringe. Die Jacke hat ein Hoodie. Die ist ganz eine tolle Jacke, muss ich schon sagen. Ähm, ja, ist ein wenig schwieriger, so mit einer Hand zu zeigen. Die ist wie gesagt, auch bis zum 44 hat der Rissverschluss leicht asymmetrisch. Und das prächtige Teil kostet 55 Franken. Darunter hat sich der schön gestrickte Pulli. Auch der, der ist so etwas von flauschig. Wirklich ganz, ganz toll. Auch der ist 40 bis 44 wie auch. Der prächtige Legins, was sie da auch hat. Das ist der Hossensack von der Legins. Und sie hat auch hinteren Gesäßtaschen. Das ist eine gefütterte Legins. Jetzt kann ich es euch gerade einmal noch zeigen. Ja, also gefütterte, es ist einfach ein bisschen festere. Ja, nein, gefütterte kann man dem nicht zeigen. Aber es ist ganz ein fester Stoff, ganz ein toller Stoff. Ist auch wunderschöne graue Hose Legins. Und ist auch in der Größe 44. Also 40 bis 44. Und kostet 39 Franken. Und der zwei Herren. Der prächtige Stiefel. Die haben aber nur 39 und kosten 55 Franken. Das sind ganz, ganz coole Schöle. Ja. Wie schauen wir denn innen drauf aus? Guck, sieht man da ich hier. Von Luther Kunstfeld sieht man da fast nicht ich hier. Ja. Die Schäubendel sind auch so richtig cool. Sie glitzen dann überall. Ja, ist ganz eine prächtige Angelegenheit. Das sind die gleichen wie vorher in schwarz. Nur sind die jetzt eine Nummer kleiner. So. Und weiter geht's. Jetzt gehen wir zu Ira. Jetzt hei, hei, hei. Wo ist denn der geblieben? Da kommt noch die zweite Bindel oben an. Houdin mit der Comicfigur. Jetzt sollte man auch noch wissen. Ist das König der Löwe? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die ganze Comicgeschichte noch eigentlich nie geschaut. Nennt es mir nicht übel. Aber ja. Jeder hat also seine Favoriten, was er schaut. Und ja, ist halt auch immer eine Zeitfrage. Passend dazu, Herren. Macht sich natürlich auch die roten Händchen und die Feldtaschen dazu. Da haben wir auch noch die Taschen. Die man auch noch brauchen kann. Und auch sie hat eine ganz tolle schwarze Leggings. Hose. Ist vom Material her etwa gleich. Ist auch ganz eine feste. Ganz tolle Hose. Und sie hat da einen Rissverschluss bei der Hose. Hose. Also die Leggings geht etwa bis zum 36, 38. Und das coole Shirt, Hoodie, der geht etwa bis zum 40. Und dazu, Herren, haben wir die lässigen Stiefelettchen hier. Und die sind sogar gefüttert. So genial. Ist ganz ein toller Stoff. Die habe ich aber nur im 39 und kostet 55 Franken. Tja, und schon wieder bei den letzten Kombinationen angelangt. Ja, ihr seht es. Es geht halt doch immer wieder ruckzuck. Und ich habe das Gefühl, wenn ich es jetzt so mit den drei Puppen mache, geht das viel schneller. Oder, ja eben, keine Jacke noch. Ja. Trifft ihn eben halt schon gleich gleich an. Also, das letzte Mal mit unserer grossen Puppe. Sie hat eine Kombination an, die man bis zum 48 tragen kann. Also so zwischen 44 und 48. Der coole Pulli, den sie hier an hat, das Sweatshirt. Das ist ein Oberhammer. Da auf der Seite die Ärmel und den Rücken sind also in dem Viehkork gearbeitet. Und vorne drauf haben wir den cool Mickey Mouse mit der Spreibüchse. Ja. Man sieht jetzt, was dabei rauskommt. Ja, frech. Mal anders. Und dann habe ich gleich noch passend der lässige, schöne Schal dazu. Ja, aber es hat doch ein bisschen grosser Halsauschnitt. Darum habe ich gedacht, ja, ich hätte gerne mal einen warmen Schal oder einfach ein Tuch rundherum. Dass es einfach angenehmer ist. Und der prächtige Schal, schauen wir gleich noch schnell. Der hat 80% Viskose und 20% Kaschmir. Hm. Kaschmir. Ja. Genau. Darum ist er so fein zum Anlangen. Ja. Die lässigen Hosen, die wir hier sehen, die auch so schön farblich zusammenpassen. Das sind Karo Star Jeans. Und die haben in der Größe 48 bis 50. Da jetzt bei ihren auch. Mit den schönen Knöpfen. Ja, ist immer wieder ganz cool zum Anlangen, wie die Hosen geschaffen sind. Die cool Karo Star Jeans, die kostet 49 Franken. Und dazu hören, haben wir jetzt die Stiefel. Die finde ich auch so lässig. Da kann man den schnell offen machen und da kann man es ganz normal binden. Die habe ich im 40 und die kosten 55 Franken. Und da sollte ich zuschauen, wenn man die Hosen drüber nimmt. Also, ja, ausprobieren und schauen, wie man sich am Wünschen fühlt. Etwas anderes kann ich dazu auch nicht sagen. Gehen wir zu ihrer. Sie hat wieder eine Kombination an, die man bis etwa 44 tragen kann. Also 40, 44. Das ist auch schon wieder, ja, ein Haufen, Haufen Blumen drauf. Das ist glaube ich eine Passionsfrucht, wenn mich nicht täuschen. Ja, ihr könnt mich ja korrigieren, wenn es anders herum ist. Ähm, ja. Kleidergrösse 40 bis 44. Das wunderschöne Shirt. Wie auch die prächtige Hose. Und bei dieser Hose haben wir dahinter auf dem Hosen-Sack der tolle Stern. Ja, die Hose hat Hinterhosen-Sack und sie hat auch da. Ist auch eine Schlupfhose mit Kordeln und Gummizug. Ja, mit der Kette bin ich momentan ein bisschen ausgeschossen. Aber ja, man kann nicht alles haben. Mal hält man Haufen, dann aufs Mal wieder alle weg. Und ja, ich schaue, dass ich bald wieder etwas Neues überkomme. Nicht gesprochen, müsst ihr wieder eine Lieferung eintrudeln. Geht ihnen ja, ob jetzt etwas ist dabei. Aber lassen wir uns überraschen. Auch die Hose ist in der Kleidergrösse 40 bis etwa 44 zu tragen. Und da habe ich die wunderschöne grüne Stifolette hier. Die habe ich 38 und auch die sind 55 Franken. Ganz eine tolle Kombination. Und dann noch zu unserer kleinsten. Auch sie hat eine Kombination an, die in der Kleidergrösse 36 bis etwa 40 geht. Ich finde das Blüsli auch so herzig. Da haben wir die prächtigen Trompetenärmchen. Da einen kleinen Gummizug drin. Ja, ist einfach gemacht, aber der Effekt, also mir gefällt sie sehr gut. Mal schauen, ob sie nicht aufs Mal bei mir im Kasten liegt. Ich lasse euch mal noch den Vortritt, wie sich das so gehört. Und da haben wir auch noch passende grüne Schlupfhosen drunter. Schön, wie das grün und grün alles zusammenpasst. Ich finde es immer wieder sehr, sehr toll. Wie gesagt, beide sind in der Kleidergrösse 36 bis etwa 40 zum Trägen. Und zuher haben wir jetzt den coolen Turnschuh getan. Auch den habe ich noch im 38 und kosten 39 Franken. Ja, ich zeige mich doch noch einmal von dieser Seite. Nein, Spass beiseite gehört dazu. Ich möchte mich noch einmal recht herzlich bei euch allen bedanken für eure Treue. Da sind wir auch immer wieder folgen. Und ja, fleissig werden wir reinkaufen. Nein, ich werde mich nicht verabschieden. Nur für eine Woche. Und nächste Woche kommt dann das nächste Video wieder. Und wenn ihr da im Hintergrund irgendetwas gesehen, was euch auch noch gefällt, was wir gerne hätten, einfach melden bei mir. Auch das Oberteil, das ich da jetzt gerade anhand habe, das Blüsli. Ist auch für den Verkauf gerechnet. Ist Kleidergrösse 36 bis etwa 40. Kostet 39 Franken. Hätte ja einen coolen Totenköpfchen drauf. Ja, ganz ein cooles Teil. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wir melden euch. Wir berichten, was ich euch reservieren darf. Ich kann es gut probieren. Wie immer am Donnerstagabend von halb 6 bis 7 habe ich offen. Und am Freitagmorgen von 8 bis halb 12 natürlich auch. Oder auf Voranmeldung am besten auf 078 759 58 46. Und dann können wir einen Termin ausmachen. Ja, geht ganz einfach. Ihr könnt euch anrufen. Entweder das WhatsApp schreiben oder das SMS. Ganz fürs euch am besten bestellen. Oder ihr könnt auf meine Website gerlindes-mode.li Und ihr könnt das Kontaktformular ausfüllen. Geht schon einen Vorschlagstermin durchgehen, was euch am besten passen würde. Und dann melde ich mich natürlich bei euch so bald als möglich. Also, habt ihr mal Lust auf eine Modeparty? Ja, melden euch. Also, ich freue mich auf euch. Bis bald. Tschüss. 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 ibe